Meine Damen und Herren, willkommen beim Geldrat! Und das sind unsere heutigen Kandidaten. Ich bin Doug aus Fairfield, Kalifornien. Mein Name ist Donna. Ich bin Stan, Stan Pines. Haben wir? War ich schon dran? Hallo, ich bin Stan. Okay, also das wird ein langer Abend, Leute. Hier ist das Rätsel. Hier ist das Rätsel, dass es zu lösen gilt. Carla? Ja, Rich? Kommt da das drin vor? Stan, Sie sind noch gar nicht an der Reihe. Ich möchte gern lösen. Nein, wir haben noch gar nicht angefangen. Ist es halt die Schnauze? Gut gespielt. Wargeldusche, Wargeldusche, Wargeldusche. Wargeldusche? Mr. Pines, nicht. Sie müssen sich nicht ausziehen. Nein, schaltet zur Werbung. Schaltet zur Werbung. Verehrte Zuschauer, Stan Pines ist der Begriff, unser Champion zu werden. Möchten Sie Ihren Fans irgendwas sagen? Wir sehen uns morgen, Mabel. Sie landen auf Geldflut. Davon spende ich nichts für wohltätige Zwecke. Jetzt können Sie entweder steinreich nach Hause gehen oder Sie gehen aufs Ganze und verdoppeln Ihren Gewinn mit dem Bonuswort. Bonuswort. Rich, ich bin ein einfacher Mann. Also werde ich die Kohle nehmen, meine Koffer packen und alles aufs Bonuswort setzen. Aber sicher! Hier ist nun die große Chance, Ihren Gewinn zu verdoppeln. Welches Wort mit fünf Buchstaben verwendet man, um höflich nach etwas zu fragen? Zum Beispiel kann ich das Piep haben? Sehe ich aus, als wäre ich bescheuert? Das Wort lautet sofort. Wissen Sie, weil Sie so weit gekommen sind, geben wir Ihnen noch eine Chance. Probieren wir es nochmal. Das Wort beginnt mit B. Manche Leute nennen es sogar das Zauberwort. Barbara Kasabra, meine letzte Antwort. Genau, Stan. Das Wort, das wir suchen, lautet... Bitte! Man kann mit dem Wort also doch Geld verdienen.